Hallo, guten Tag, grüße Sie. Ich wollte mal fragen, ob der Lieutenant Davis vielleicht erreichbar ist oder wäre. Ich kann mal nachgucken. Kannst du mir etwas sagen, worum es geht? Ja, um Bewerbung tatsächlich. Ackermann ist mein Name. Okay, ja, Herr Ackermann. Bewerbung sind um 20 Uhr oder haben Sie gesondert einen Termin bei Herrn Davis? Genau darum geht es tatsächlich, ja. Okay, ich rufe ihn an. Ja, sehr nett, vielen Dank, Sir. Hallo, Davis. Hallo. Ja, Stuntz hier. Ich habe hier unten einen Herrn Ackermann, der mit dir sprechen möchte. Ja, okay. Ja, danke, ciao. Nehmen Sie vorne rechts einmal Platz. Der Herr Davis kommt jetzt runter. Vorne. Ei, 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 wie sehen Sie denn aus, Lieutenant? Geht's Ihnen gut? Schon gestern nur einen leichten, ja, ein bisschen Rückenprobleme. Ei, 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 da kommen Sie mit Krücken, mit einer Krücke auf die Arbeit. Sie sind ja richtig hier. Ja, gut, heute ist Aus, Einstellung, da können Sie nicht fehlen, ne? Weil ich glaube, Sie müssen das ja koordinieren, ne? Ich will Sie gar nicht lang auf die Folter spannen. Es geht darum, ich wollte mich ja heute sehr, sehr gerne mal nach vier Wochen jetzt mal wieder versuchen, mich bei Ihnen vorzustellen. Allerdings ist es bei mir um 20 Uhr leider wieder, also was heißt wieder, es ist heute schlecht bei mir um 20 Uhr. Deswegen wollte ich fragen, ob man vielleicht das vorziehen könnte bei mir. Ob das möglich wäre. Ja, jetzt, wenn's ginge. Ich weiß nicht, wie Sie sind. Gucken wir kurz an. Warten Sie kurz, ich erkläre mal kurz. Alles gut, ich sitz hier. Danke, Lieutenant. Dann kommen Sie doch mal mit ins Büro, dann machen Sie das wieder. Ach, ganz nett, Lieutenant. Vielen, vielen Dank. Ganz nett. Darf ich mich setzen? Ja, klar. Vielen Dank. Äh, mich kennen Sie ja schon. Kollege zu meiner Rechten ist Officer Cools. Officer? Okay. Genau. Hat das einen Unterschied, weil, entschuldigen Sie, weil Sheriff irgendwie? Wenn das ein BCSO mit. Ah, okay, ich verstehe. Ach, ihr macht dann auch mit Recruple in der Deployment Division. Faszinierend, okay, cool. Also ich bin tatsächlich, ich helfe tatsächlich aus in der Recruple in der Deployment Division, bin aber hauptsächlich zuständig bei der Gangster Narcotic Division. Ah, okay, also mehr fürs Grobe sozusagen, für die Straße. Okay, interessant. Korrekt. Ja. Bin in Texas geboren, in New Austin, bin dort in die Schule gegangen und so weiter und so fort, wie man es kennt. Meine Vorfahren, werden Sie beim Namen gemerkt haben, Manfred Ackermann, sind aus Deutschland, beziehungsweise sogar aus dem Deutschen Kaiserreich. Ich bin jetzt in der dritten Generation hier sozusagen. Ja, ich bin dort zur Schule gegangen, bis zur Highschool. Nach der Highschool habe ich dann so ein bisschen Aushilfsjobs gemacht und so weiter. Das war für mich bereits schon im frühen Alter schon relativ schnell klar, was ich später mit meiner Lebenszeit machen möchte und wie ich diese dann nutzen und verschwenden möchte. da bin ich mit 21 dann nach der Highschool, habe ich ja erzählt, an die Academy gegangen, im Sheriff's Office in Travis County. Ja, habe dort dementsprechend die ersten Erfahrungen in der Strafverfolgung gemacht. Als erstes im Sheriff's Department war ich eben in der geschlossenen Einrichtung, habe dort mit Straftätern zusammengearbeitet, musste dementsprechend schon früh lernen, mit was für Menschen wir dementsprechend schon auf den Straßen zu tun haben. Hatte dann, ich möchte das ein bisschen abkürzen, sonst würde es sehr lang dauern, ich möchte Sie nicht langweilen, hatte dann nach der Ausbildung, dann irgendwann, also während der Ausbildung, dann irgendwann natürlich auch auf die praktische, auf die Streife, so wie man es halt kennt. Und dann irgendwann mit 26 hatte ich die Möglichkeit gehabt, im Rahmen des Sheriff's Departments in Travis County in die Air Support Unit, oder wie auch immer das bei Ihnen heißt, Entschuldigen Sie, einzutreten. Mir wurde auch der Flugschein auch übernommen, sei jetzt mal, kostet ja relativ viel Geld, wenn man das selber aus eigener Tasche bezahlen muss. Ja, meine Familie ist aus dem Mittelstand, hätte mir das jetzt mal nicht leisten können, sage ich jetzt mal, die Lizenz selber zu kaufen, beziehungsweise zu finanzieren, vor allem auch mit dem zarten Alter von 26 Jahren, wo das Gehalt noch nicht so ausgeprägt ist in der Streifverfolgung. Und dann hatte ich dann das Engagement dort gehabt, war dann im Aero-Büro, hatte dann auch teilweise mit unserem Special Enforcement Büro gearbeitet, also mit unserem taktischen Element, war dann auch irgendwann mal intern innerhalb der Unit, in der Support Unit, hatte mich dann weitergebildet, im Bereich Special Flight Section, das heißt, es sind so taktische Manöver, die man zusammen macht mit den Kollegen vom SWAT, wenn man so möchte. Das hat mir auch sehr gut gefallen, hat mich auch sehr geprägt und so weiter und so fort, diese Erfahrung, auch eine sehr schöne Erfahrung, muss man sagen, auch wenn es natürlich sehr bitterernst ist oder werden kann. Als ich dann irgendwann mal weiter aufgestiegen bin, war ich dann irgendwann mal als Sergeant, hatte mich dann beworben für einen Offenant Posten bei der Internal Affairs Group. Ja, das haben Sie ja auch bestimmt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen jetzt hier im Los Angeles Police Department heißt, genau, wie auch immer, gegen interne Ermittlungen, also Professional Standards, die Prüfung, ob Prozeduren eingehalten werden von Kollegen und Kolleginnen logischerweise und so weiter, das habe ich auch noch gemacht und war auch im Recruitment und Employment Bereich tätig gewesen nebenbei, weil es da jetzt mal große Bewerberanstürme gab und leider die Kollegen ein bisschen unterbesetzt waren, wie es leider oft in Behörden so ist. Ja, ist halt so. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ich unterhalte mich gerne mit Menschen, wir hören mir auch gerne an, was Menschen so ein bisschen durchlebt haben und gemacht haben und so weiter, warum sie bestimmte Dinge getan haben, auch als ich im Jail war, also im Gefängnis dort, mal einen Dienst vorrichtet habe, auch mal mit den Leuten zu sprechen, die Leute mal kennenzulernen, auch wenn es natürlich kriminelle Leute sind, aber trotzdem ist das Menschliche ja irgendwie schon ganz wichtig, um miteinander zu koexistieren, weil gerade im Gefängnis sind sie ja schnell, sage ich jetzt mal, auf Messerschneide und da kommt irgendjemand von hinten und sticht den Messer in den Hals und dann sind sie schnell tot. Deswegen, also ich finde, so gegenseitigen Respekt, so gesunde Respekt auf Augenhöhe muss man schon immer gewährleisten, nicht nur im Berufsleben, sondern auch, wenn man mit Menschen arbeitet, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die Kollegen sind. Ja, und was habe ich sonst noch gemacht? Genau, dann hatte meine Frau irgendwann mal gesagt, dass sie doch gerne mal was anderes machen möchte und so weiter und so fort. Ich hatte mich dann zum damaligen Zeitpunkt bis zum Patrol-Lutent hochgearbeitet, im Sheriff's Department, im Travis County. Ja, und wir hatten gemerkt, dass es ein bisschen Tapetenwechsel in unserem Leben braucht. Ich bin, wie gesagt, 52. Meine Frau ist etwas jünger als ich. Ja, und jetzt sind wir hierher gezogen, haben uns eine Eigentumswohnung hier geholt. Ja, sind relativ zufrieden. Sie arbeitet auch als Buchhalterin unten am Hafen für eine etwas größere Firma, die sie auch schon, sag ich jetzt mal, ja, schon länger kennt, beziehungsweise auch davor für sie gearbeitet hat. Ja, und ich wollte schon länger, sag ich jetzt mal, im San Andreas Police Department Fuß fassen. Allerdings hat das leider nicht, bisher leider noch nicht geklappt. Ich bin natürlich sehr zuversichtlich, dass es irgendwann mal klappt. Ja, und sonst gibt es eigentlich zu mir nicht viel zu sagen. Ich bin sehr gesprächig, wie Sie offensichtlich merken können. Ja, ich bin sehr ruhig eigentlich. Ja, was gibt es noch zu sagen? Manchmal ein bisschen faul, manchmal muss ich mir selber in den Hintern treten, dass ich mal ein bisschen, ja, meiner Arbeit nachkomme, so gerade, wenn es mal Papierkram ist, aber so ist es halt. Ja, was, ja, dann fragen Sie, Entschuldigen Sie, das ist Punkt, ja. Ja, Tyler, ich lasse dir mal den Vortritt. Ja, gerne. Also Sie haben jetzt relativ viel von sich erzählt, auch was Sie schon alles so Schönes getrieben haben hier in Ihrem Leben bislang auch vor allem bei uns generell in der ganzen Branche. Was hat Ihnen denn von all dem, was Sie bislang gemacht haben, am meisten Spaß gemacht? Und was können Sie sich dann zukünftig vielleicht hier vorstellen, was Sie dann hier nach der Trainingzeit bei uns dann einschlagen möchten? Das ist eine schöne Frage, ehrlich gesagt. Was mir am meisten Spaß macht an unserem Beruf ist, ganz ehrlich, die Abwechslungsreihe, also dieses Abwechslungsreiche, dieses, Sie haben, wir haben so viele, also ich sage jetzt einfach mal, wir, oder der Beruf, der birgt so viele Abwechslungsmöglichkeiten in sich. Das heißt, man kann, man kann komplett abstrakte Dinge machen. Ich kann einmal hier im Innendienst arbeiten, kann vielleicht hier Frontdesk, Frontdesk-Duty machen und kann für die Bürger von Los Santos da sein, Fragen beantworten, Anzeigen aufnehmen und was es da sonst so alles gibt und da was Gutes tun. Oder wenn ich sage, ey, nee, das ist mir ein bisschen zu langweilig jetzt, weil ich mache das schon eine gewisse Zeit. Ich würde gerne mich vielleicht im Bereich Traffic Division weiter ausprägen, weil mir das sehr viel Spaß macht, rumzufahren. Ich halte viel vom Verkehrsrecht und so weiter und so fort. Das macht mir Spaß. Oder ich sage, nee, ich würde gerne bei den bösen Buben die Türen eintreten oder möchte gerne auch der Ansprechpartner sein, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, die in akuter Gefahr stehen, Geiselnahmen oder sowas. Oder wenn sie sagen, oh, ich wollte eigentlich schon immer gerne Pilot werden, aber ich würde auch gerne bei der Polizei arbeiten. Ja, dann komm doch einfach in die Air Support Division. Da muss nicht Pilot bei irgendeiner Fluggesellschaft werden. Das kannst du auch bei uns. Und das ist etwas, was mir mein Leben lang schon gefallen hat in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, in diesem Beruf, dass man einfach immer sich weiterbilden kann. Man hat immer Möglichkeiten, man ist immer mit Kollegen, auch dieses Ziel oder dieses Team orientierte. Wenn Sie auf einem Großeinsatz sind, dann zählt nicht der einzelne Kollege, sondern man zählt als Kollektiv. Man erreicht das Gewünschte oder man erreicht ein Ziel X zusammen im Kollektiv, weil jeder seine fünf Cent einschmeißt, so sage ich jetzt mal, seine fünf Penny in den ganzen Topf reinschmeißt und am Ende kommt dann irgendwie ein Pferd raus. Oder wissen Sie mal, irgendwie so das Resultat. Und das ist etwas sehr Befriedigendes. Und wenn man nach Hause kommt, weiß man, ey, du hast heute eigentlich was ganz Tolles gemacht. Und hast nicht deine Zeit verschwendet. Das ist so das, was mir gefällt. Also, um es abzukürzen, die Vielfältigkeit, ne? Die Vielfalt. Ja, verständlich. Finde ich gut, was Sie gesagt haben. Nun, wie gesagt, Sie haben ja schon echt viel erzählt. Das haben Sie gemacht, das haben Sie gemacht. Alles haben Sie gemacht. Im Endeffekt so gut wie fast alle Abteilungen. Oh, entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Sie haben gefragt, ich habe Ihre Frage nicht beantwortet. Es tut mir leid, Sir. Sie haben gefragt, was ich mir nach meiner Trainingzeit, habe ich das richtig gemerkt? Ich habe es vergessen. Ja, richtig. Entschuldigen Sie, dass ich nicht auf Ihre Frage eingegangen bin. Es war keine Absicht. Ich habe es einfach vergessen. Alles gut. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne die internen Strukturen vom Los Santos Police Department bisher noch nicht. Ich habe mich da, ich kenne so ein bisschen, ich habe mit dem Sergeant Price einen netten Kontakt gehabt. Das ist ja einer, der bei der Metropolitan Division mitfungiert, in der Forensik Unit, in der Forensics Unit oder wie auch immer Sub-Division. Hatte auch mit dem Captain von der, also dem Commanding Officer von der Metro zu tun gehabt. Das ist so das einzige Spektrum, was ich bisher so ein bisschen herausfinden konnte. Aber ich würde mich einfach mal gleiten lassen. Vielleicht sogar im Ausbildungsbereich oder im Recruitment-Bereich würde ich vielleicht bei der Zukunft sehen. Ich weiß es allerdings noch nicht, Sir. Ja, ist ja kein großes Problem. Dafür ist ja genau die Trainingzeit da, um zu sehen, hey, was passt mir, welche Leute finde ich gut, mit welchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten. Bei uns ist das auch ganz einfach. Ich kann Ihnen gerne sagen, was bei uns alles inkludiert ist. Bei uns fängt es einmal an, es gibt die Marshals, also den US Marshal Service. Dann gibt es einmal LSPD Division, darunter resultiert dann einmal hier von Herrn Davis die Recruitment & Employment Division, sowie die Traffic Division. Dann geht es über ins Blaine County Sheriff's Office. Dort gibt es aktuell natürlich hauptsächlich den ganz normalen Sheriff-Dienst, nenne ich es einfach mal, also beim BCSO, als auch die Gang & Narkotik Division, da wo ich ansässig bin. Dann gibt es noch das Metropolitan Department, beziehungsweise das Metropolitan Division. Dort ist die Forensic & Science Division ansässig und später mal wird dann dahingehend auch eine Eingriffstruppe, das SWAT, inkludiert. Dann gibt es noch eine allgemeine Division, die quasi Department-unabhängig ist. Das ist die Air Support Division. Wie Sie eben beschrieben haben, alles natürlich um die Luftüberwachung, alles was dazu gehört. Ja, das gibt es kurz gefasst, was es bei uns alles gibt. Aber um auf das zurückzukommen, was ich eben gesagt habe. Sie haben ja schon recht viel durchgemacht, Sie haben schon viel erlebt, viel mitgearbeitet und ich nehme an, dass Sie auch dort nicht immer nur als ganz normaler Officer mitgearbeitet haben. Was darf ich fragen, was war Ihre höchste Position, die Sie generell in einem Police Department hatten? Wie ich gesagt hatte, Patrol-Lutent war ich gewesen. Patrol-Lutent. Gut, Ihnen ist aber bewusst, dass Sie hier ganz normal als Trainee anfangen von ganz unten und dahingehend nochmal alles neu erlernen müssen. Weil bei uns ist die Regel, alles das, was Sie vorher gelernt haben an Dienstregelungen und interne Absprachen von Funk, bis alles, das vergessen Sie. Das lernen Sie alles hier nochmal neu. Bei uns gibt es andere Standards, bei uns gibt es andere Funkmethoden, das ist bei uns abhängig, je nachdem, wo Sie herkommen, dass es hier neu gelernt wird. Aber die wichtigste Frage, wie gesagt, Sie können sich unterordnen, ist das richtig? Ja, muss ich ja, auf jeden Fall, klar, muss man ja. Ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, das ist in jedem Bereich, auch wenn man, say ich mal, in der freien Wirtschaft tätig ist, gibt es immer irgendjemand, der Chef ist, ein Vorarbeiter, Abteilungsleiter, das gibt es ja nicht nur, sag ich jetzt mal, der Strafverfolgung, das gibt es ja überall, aber nee, das kann ich auf jeden Fall. Welche Verwandten, die hier im PD schon arbeiten oder die vielleicht noch hier sind? Keine. Keine. Sie hatten von Ihrer Frau gesprochen, ist die ebenfalls hier? Ja, die ist hier, habe ich ja gesagt gehabt, genau. Gut, aber auch nicht im Police Department oder möchte ins Police Department? Nein, die arbeitet ja als Buchhalterin, das hatte ich ja erzählt. Ja, das hätte ja sein können, jeder hat mal einen Tapetenwechsel, den er machen möchte. Da haben Sie recht. Nee, nee, überhaupt nicht. Sie ist da komplett konträr. Sie hat mich an der Backe, dass sie immer hoffen muss, indirekt, das hat sich jetzt daran gewöhnt, dass ich dann heil nach Hause komme, aber es ist halt so. Sei es mal für eine Beziehung oder für eine Ehe, sei es mal, wir sind verheiratet, glücklich verheiratet, also sie ist glücklich, ich bin verheiratet und das ist immer so eine Sache, sag ich jetzt mal. Gerade so langfristig, wie man schon so lange miteinander ist, ja, da gewöhnt man sich dran. Aber nee, die hat keine Intention, sag ich jetzt mal, dem San Andreas Police Department beizutreten, nein. Alles klar. Nee, ich habe keine Fragen. Kennen Sie ja schon ein bisschen. Dann würde ich Sie bitten, einfach nur kurz das Büro zu verlassen und dann holen wir Sie gleich wieder rein. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe Ihren Namen immer noch vergessen. Es tut mir so leid. Guls. Genau. Guls. G-U-H-L-S. Richtig. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Herr Guls und danke, Lieutenant. Natürlich, bis gleich. Ich setze mich vorne einfach da hin oder soll ich hier draußen warten? Ich setze einfach da vor die Glasscheibe. Okay. So, jetzt aber. Ja, das ist immer so eine blöde Frage. Wenn man jetzt was Positives sagt, dann wird es mal gleich abgehoben. Wenn man was Schlechtes sagt, dann denkt man, der ist nicht selbstbewusst genug. Am besten ist da immer Schwein eigentlich. Oder man sagt, ja, war ganz okay, würde ich sagen. Vielleicht mal unabhängig davon. Ich würde sagen, war okay. Ehrliche Einschüsse. Wir schätzen Sie sich selber ein. Ich denke, es war gut. Es war gut, denke ich. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Okay. War sehr gut. Und deswegen bieten wir hier mit Ihnen die Chance an, als Trainee bei uns im Flüchtlingsprogramm anzufangen. Ach, das ist ja nett. Das ist ja klasse. Wirklich ganz nett. Vielleicht haben Sie denn am Samstag schon was vorher, Ackermann. Am Samstag? Ja. Nee. Nee. Noch nicht. Okay. Aber vielleicht bin ich ja hier am Samstag. Dann würde ich Sie einladen zwischen 19, 30, 20 Uhr. 19, 30, 20 Uhr. Das notiere ich mir. Also zwischen 19, 30, 20 Uhr hierher zu kommen. Und dann würden wir mit Ihnen nämlich die Grundausbildung an dem Tag machen. Ja, sehr gerne. Bringen Sie was zu essen und trinken mit Schreibsachen? Ja. Halbsachen? Es und trinken? Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf der Stützendatenbank stehen. Also einen Tag davor keine Sozialhilfe mehr holen, falls Sie das tun. Ja, okay. Danke für den Tipp. Daran hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht. 24 Stunden davor darf man keine mehr beziehen. Also wenn dann Freitag um 19 Uhr noch, aber alles danach wäre schlecht. Und dann bräuchte ich noch Ihre Telefonnummer. Dann 8.07. zwischen 19, 30 und 20 Uhr hierher einfach erscheinen. 8.07. zwischen 19, 30 und 20 Uhr hierher erscheinen. Äh, bezüglich Kleidung. Nachdem Sie einen gültigen Führerschein haben. Und einen gültigen Führerschein, okay. Also reicht auch einen vorläufigen, aber der muss eben gültig sein. Okay, weiß ich Bescheid. Äh, soll ich... Kleidung ganz normal. Kleidung ganz normal. Perfekt, das wollte ich nämlich wissen, ob ich mich da irgendwie irgendwelche Sportkleidung mitnehmen soll oder was auch immer. Okay. Das wird alles in Dienstuniform abgehalten. Alles klar, ja super. Dann... Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, Officer und danke, Lieutenant. Danke ich auch Ihnen nochmal, Officer, äh, Gull und dann alles Gute. Bis Samstag. Schönen Abend noch. Joa, das entscheide ich immer noch selbst, wenn wir nicht schönen Abend haben, aber ich guck mal, ne. Ich mach's bestens raus. So, alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss.